so nur scharfschützen team des match amada strike war jung so müssen wir erst mal gucken oder hinsetzen tun weil ich kenne die map nicht so wirklich der andere web ja aber das lange nicht mehr gespielt messer ist blockiert schade oder es wird raus okay da ist nicht so schlimm egal aber lange bist du die die kommen alle von einer seite ich wurde von hinten okay access erlaubt oder breche ich überrennen mich gerade die hauen wir die ganze zeit ich wurde gebrecheisend was nein komm schon so erst mal hier genocken dann waren leute die am spawnpunkt gefangen waren ja die haben nichts gemacht er habe ich meine waffen kaputt genervt oder die ganze aufsetzen so eine scheiße man treff nicht mehr ich wurde ich wurde erschlagen was für ein kack ah ich habe einen am schluss ich habe einen voll ich habe einen mit dem messer was der faust ist der macht faustkram ich bin bereit seine gasmine auf mich draufgebrochen first kill also zumindest also jetzt gasmine kommt mit wo sind die denn alle keine ahnung man sich wohl versteckt ich jetzt hier die tungeber tatsächlich aber um ein anderes scope drauf schon wird das gewehr einfach so gänzlich anders mega langsam das war ohne das besser ja oder diese blöde einen habe ich gerade mit einer gasgranate erwischt also eine mine ja wo sind hier die gegner ich sehe keiner ich sehe keiner einer in meine mine rein sehr schön ja es ist ein bisschen schwieriger hier auf der map es ist auf jeden fall nuklein das ist ein bisschen einfacher das stimmt das stimmt die ist nie oh Doppelkill Doppelkill Leute Doppelkill im laufen oh die hängt die hängt da beim Beiboot nein das hat mich doch auch weiter erwischt Beiboot äh ja einer ist unten auf den torpedos ich bin ich bin oh scheiße au au ein rücken ich habe da auch geschossen ich habe ihn erschlagen ich habe ihn erschlagen dogfight gehabt so mehr oder weniger durchs Fenster erschossen worden ey das war so ein painer da rennen die alle lang ich hätte eben schießen sollen hab ich auch nicht oh irgendwie schießt die auf mich nicht nur einer da hat schon einer 16 11.610 punkte ok ich habe eine taschenlampe das ist gar nicht geil ne die taschenlampe das wäre wahrscheinlich mega unpräzise oh nein ich wurde gemessert scheiße wie kannst du gemessert werden ich dachte das ist verboten ja diese nahkampfaktion ist irgendwo einer hier drinnen kann das sein ne der steht draußen vorm Fenster direkt vor der Kajüte das Radar ist gar nicht so schlecht was war das für ein Radar ich lauf hinter jemandem her den Sniper oh hier kommen wir hier hoch hier kommen wir hier hoch oh 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 ich hab doch zuerst geschossen oh ne andere Schnipper der knattert sich denn rum ui hast du den Ärger weg geholt danke ich hab nichts gesehen null ich höre nur jemanden rumschneedeln hier oh kacke ich hab schon mehr Leute mit den Fäusten erlebt als das Schnipper da hat wohl jemand gepennt hier ist hier immer nur meine EIN AAH das tut weh fuck wann ist das war die hier Mietz 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 oh yo yo da rennt wieder einer mit den Minen rein aber ich zieh das diese Minen sind echt übel da kommt einer angelatscht yeah 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 oh nein 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 öh jawollo Longshot hallo oh uh okay he 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 oh okay feindliches Spionageflugzeug über euch in Position mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt hm hm AAH 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 ich sterbe Schurke nimm das Schurke oh hier da gibts auch verblüht verpult gekriegt NEIN oh hm okay das hat mal einer abgenommen da ist ein bisschen blöd wenn die ja über so einen langen Fahrt schnippern können aber gut oh NEIN äh Tilo bei dir ist einer drinnen ne der weißt du da vorne wo der reingegangen ist der hat den ganzen anderen umgesnippt fuck bunnyhopping ist das Schlimmste in diesem Spiel AAH den Typen mit meiner Knarre gehauen feindliches Spionageflugzeug im Anflug feindliches Spionageflugzeug im Anflug Boah feindliches geschützaktiv OAH ich wurde vom äh Autodingsbums da hier Torrid still rum Scheißding Verschrottet ok AAH ein Faustkämpfer läuft durch die Ere AAH die lädt so lange nach drunter was muss ich da reinschrauben damit das steigt NEIN von der anderen Seite haha wo ist der Bengel komm her Boah nein da sind zwei oh Scheiße AAH mach ich fertig genau redig so da oben AAH AAH NEIN schon wieder Krampf 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 AAH ich seh mal ne Gasmine hin hier Kumpf 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 Oh da soll ich vielleicht nicht rausgehen ich hab hier mal Munition hingelegt wo ist hier da da Ich hab's mit dem Nein ich komm hier auf zwei konzentrieren scheiße Lohn die wollte gerade tot schlagen da ist ja die scheiß Miegel aber die hat gewirkt ich weiß gar nicht welche Richtung ich jetzt gegner zu warten habe da oh da waren drei 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 Gegners hm ich steh mal hier ok wie geht die da denn mit ey oder eh nix Deine Granate ist losgegangen hier iiih ich glaub ich wollte die zurück ja ich glaub ich musste auch diesen dieses äh diesen Aufsatz wieder runter nehmen ja ich hab auch zu viel drauf ich schieße langsamer obwohl ich mehrmals drauf hab ja ja genau was soll denn der scheiß Headshot mhm Das dauert dann auch eine halbe Ewigkeit. Ah! Watt hab ich mich verjagt. Nein! Ich kann's nicht! Nahkampf funktioniert nicht. Alter, von wo? Lass mich in Ruhe! Meine Muni! Ne, meine Muni! Du hast mir da reingelaufen und ich renne in den Schuss rein. Einen Schuss noch! Einen Abschuss noch Leute! Einen Abschuss noch! Einer noch! Haben wir sofort! Ich hab getroffen, ne? Aber der Penner ist nicht gestorben. Oh! Sieg! Nice! Sehr schön! Aber war ne gute Runde. War richtig! Alter, 18 Punkte hat er! Ja gut, der holt auch mal eben 2000 Punkte in so einem Street, ne? Ja, da muss meine Waffe aber unkomplikieren. Das wird so nix sein. Aufsetzen, das geht nicht. Da, das müssen wir nochmal machen. Okidoki! So, weg, 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 weg! So, hab dann plötzlich wieder was freigeschaltet. Das ist ganz gut. So sieht die Statistik aus. Eigentlich auch ganz okay. So, kurz mit Party verlassen. So, mit der Waffe habe ich hier gespielt. Mit Winkel, Minute, Scharfschützen, Gewehr, Alpha. Aber halt mit anderen Sachen drauf. Deswegen muss ich ja mal wieder ein bisschen was umändern. Leider. Ich hab nicht zu viel reingebaut hier. Ist alles kaputt gegangen deswegen. So! Reingehauen und tschüss! 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 Tschüss!